Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahren nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Rust Desk, eine Open Source Alternative zu TeamViewer. Und in diesem Video geht es insbesondere darum, wie ihr das Ganze richtig einrichtet. Erstmal so das grundlegende Rust Desk. Was ist das überhaupt? Das ist eine plattformübergreifende Fernadministrationssoftware. Also ihr könnt jemanden über die Ferne auf den Bildschirm gucken, könnt dann auch, je nachdem, wenn es freigegeben ist, da rumklicken, könnt Tastatureingaben darüber schicken und das System fernadministrieren. So wie man es auch von TeamViewer oder anderen vergleichbaren Lösungen kennt. Bloß das Ganze ist einerseits plattformübergreifend und andererseits ist es eben auch freie Software. Bei den kleinen Plattformen gibt es eine ganze Menge. Also ihr könnt den kleinen Teil auf Windows, macOS, Linux, iOS, Android und im Webbrowser ausführen. Webbrowser allerdings bloß in einer Pro-Version. Also ich behandle hier bloß den freien Teil. Was ihr da bekommt, der ist Open Source und der Pro-Teil, den müsst ihr irgendwie lizenzieren und der kann ein bisschen mehr. Aber da war jetzt irgendwie nichts bei, was ich jetzt zwingend gebraucht hätte für meine Zwecke und ihr vielleicht auch nicht. Aber ansonsten guckt gerne mal danach, was das alles kann. Wenn in den Folien so was Blaues auftaucht und ich mit der Maus drüber gehe und das wackelt so ein bisschen, dann verbirgt sich dahinter ein Link. Die Folien sind wiederum verlinkt und das Ganze in der Beschreibung zum jeweiligen Video. Und dann könnt ihr auch die Folien nochmal durchblättern und euch das angucken, was sich hinter diesen einzelnen Links dort verbirgt. Und ja, wenn ihr das irgendwann nochmal nachgucken wollt, braucht ihr das Video nicht zu gucken, dann reichen die Folien vielleicht auch schon aus. Ja, bei den Distributionen, da gibt es auch eine ganze Menge. Debian, Ubuntu, Suse, Red Hat, Centwise und so weiter. Da habe ich geguckt in dem Installationsskript für den Client, was da so aufgelistet ist. Das ist allerdings keine abschließende Liste, also von daher und so weiter. Das sind mehr oder weniger die Kategorien, in denen die einzelnen Distributionen eingeteilt werden. Also Debian und Ubuntu sind die Systeme mit Debian, Paket, Format drin. Suse mit RPM, Red Hat auch, CentOS, naja CentOS gibt es ja irgendwie nicht mehr so richtig. Also die Nachfolger wie Alma Linux und Rocky Linux fallen dann auch mit darunter und unter anderen Distributionen wird das Ganze wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Denn es gibt vorkompilierte Binarys, also ausführbare Dateien. Die gibt es für 32-Bit-PCs und 64-Bit-PCs und für ARM64 und ARMv7. Also was ihr im Raspi drin habt, da könnt ihr es auch drauf laufen lassen. Dann bei den Paketformaten könnt ihr es in Docker ausführen über RPM, also die Schienen mit Suse, Red Hat, Centwise und so weiter. Depp für Debian, Ubuntu und Co. Dann könnt ihr auch noch ein App-Image runterladen, was ziemlich unabhängig von der eingesetzten Distribution sein sollte. Oder ihr könnt es auch übers Flatpack beziehen. Also das ist der Linux-Bereich für Windows, MacOS und Android und so weiter. Das wird da irgendwie anders funktionieren, aber es war jetzt nicht mein Fokus. Ich habe da nicht nachgeguckt. Also guckt gerne auf der Seite nach, wie das Ganze funktioniert. Interessant dabei ist, dass es sowohl unter X.org als auch unter Wayland funktioniert. Wobei Wayland, glaube ich, immer noch so einen Beta-Status hat, aber es soll wohl schon ganz gut funktionieren. Das Ganze funktioniert so, dass sich die Clients direkt untereinander miteinander verbinden, also eine Peer-to-Peer-Verbindung miteinander eingehen. Das heißt also, dass der Rust-Desk-Server mehr oder weniger so eine Vermittlungsfunktion hat, aber üblicherweise wird direkt zwischen den beiden Clients untereinander kommuniziert. Der eine Client läuft auf dem Rechner, dem ihr helfen wollt, und der andere Client läuft auf dem Rechner, den ihr als Administrator verwendet. Ja, und das Ganze ist natürlich auch Ende zu Ende verschlüsselt, auf Basis von NACL. Das ist eine Bibliothek für Kryptografie-Funktionen. Besonders interessant wird Rust-Desk, wenn man den Server auf eigenem System installiert. Das ist anders als bei den kommerziellen Konkurrenten dabei. Da ist man darauf angewiesen, dass man deren Server mitverwendet. Also von daher könnt ihr einen eigenen Rust-Desk-Server betreiben und eure Clients, die verbinden sich denn mit dem Rust-Desk-Server, der euch gehört, und tauschen da Vermittlungsinformationen aus, sodass die dann wiederum diese Peer-to-Peer-Verbindung untereinander eingehen können. Wenn das Ganze jetzt nicht funktionieren sollte, aufgrund von Firewall-Einstellungen oder dieses Grand-Carrier-Net, was ich hier habe, sodass sich mehrere Benutzer die selbe IP-Adresse nach außen hin teilen, weil eurem Provider die IP-Adressen ausgegangen sind, dann braucht ihr vielleicht auch so einen Relay, damit ihr euch da untereinander findet, also die einzelnen Clients untereinander finden können. Ich habe mir wiederum natürlich bloß die Linux-Varianten angeguckt. Man soll den Server allerdings auch unter Windows installieren können, war mir aber relativ egal. Bei den Distributionen sieht das ähnlich aus. Also wiederum RPM-basierte, Debian-Paketsystem-basierte und ja, irgendwie noch ein bisschen mehr. Denn es gibt wiederum vorkompilierte Software, die man auch so einfach auf dem System ausführen kann, wenn die dazu nötigen Bibliotheken vorhanden sind. Und das Ganze gibt es wiederum für x86, also PC in 32-Bit und 64-Bit-Varianten. Genauso wie bei ARM gibt es 64- und 32-Bit. Ja, also ein Raspberry Pi sollte wohl dafür auch reichen. Ich denke, da tut sich sowieso nicht so viel, von daher kann man das auch wirklich auf so einem Raspberry Pi laufen lassen. Dann bei den Paketformaten hatte ich schon erwähnt, RPN und Depp. Und es gibt auch noch ZIP, also reines Archivformat, was Daten komprimiert, Dateien komprimiert zusammenfasst. Also diese vorkompilierten Dateien, die braucht man einfach bloß irgendwo hin zu entpacken und auszuführen. Mehr ist das eigentlich nicht. Von daher gibt es auch eine ZIP-Datei, die auch zum Teil wirklich so verwendet wird. Die Installation ist, je nachdem wie man das macht, wenn man das jetzt nicht unbedingt alles per Hand machen möchte, sondern einfach darauf vertraut, dass das Skript, was bereitgestellt wird, so funktioniert. Relativ einfach. Ich habe da nochmal ein paar Sachen rausgeschrieben. Ihr könnt aber auch hier direkt drauf gehen auf den Link. Da steht hier direkt drin. Aber wenn ihr ihn nicht abtippen wollt, geht auf die Folien, die unten in der Beschreibung verlinkt sind. Wenn ihr jetzt auf dem Server eine Firewall laufen lasst, zum Beispiel UFW, müssen wir noch ein paar Ports öffnen. Wir haben hier diesen Ein-Port-Bereich. Der ist dafür da, dass das Relay funktioniert, dass Informationen ausgetauscht werden, welche Ports auf dem jeweiligen Client bzw. beim Internetanschluss zur Verfügung stehen, sodass man sich dagegen verbinden kann. Und sowas, das macht es. Und wenn das nicht gehen sollte, dann macht es auch Relay und Nut Traversal. Also sowas wie Turn und Stun. Das ist da auch noch mit drin. Und da brauchen wir diesen Port-Bereich. Dann gibt es hier noch weitere Ports, die für den Web-Client zuständig sind, die man wahrscheinlich nicht braucht. Es sei denn, man verwendet diese Pro-Version. Den Web-Client gibt es wohl bloß in der Pro-Version. Ja, aber diesen Client, den man auf dem System installiert, den finde ich eigentlich auch so praktisch. Also eigentlich würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen Web-Client haben wollen. Das Ding funktioniert einfach. Also je nachdem, wie ihr das denn haben möchtet. Also den Bereich könnt ihr theoretisch auch rausnehmen. Und dann erlaubt ihr diesen Port-Bereich. Und UDP brauchen wir auch nochmal den hier. Und dann haben wir schon mal die Ports nach außen hin geöffnet, sodass unser Server theoretisch diese ganzen Verbindungen entgegennehmen kann und als Rust-Desk-Server fungieren kann. Als nächstes brauchen wir noch grundlegend das Paket sudo. Selbst wenn ihr das Skript als Root ausführt, ist in dem Skript an mehreren Stellen der sudo-Aufruf drin. Und das klappt dann nicht. Also von daher braucht ihr das Paket sudo auch unter Debian. Wenn es da vielleicht nicht mit dabei ist, muss es nach installiert werden. Und das machen wir über apt-install, minus y und sudo. Das y sorgt dafür, dass keine Nachfragen gestellt werden. Ja, und das installiert das einfach. Dann holen wir uns hier das Installations-Skript mit WGET einfach und speichern das in dieser Datei hier ab. Bevor wir es ausführen, müssen wir das Skript noch als ausführbar markieren. Ja, und dann wird es gestartet. Und ja, dann starten wir damit die Installation. Für Installationsaufgaben habe ich mir so eine Skriptsammlung geschaffen, die Common Install heißt. Ja, genau, also die heißt jetzt einfach mal Common Install. Eigentlich heißt bloß die Datei, die man einbindet und runterlädt, Common Install.ink. Also von daher heißt das jetzt einfach mal so. Also das ist eine Skriptbibliothek, die sehr viele Installations- und Konfigurationsaufgaben automatisiert. Da sind sehr viele Einzelfunktionen drin, ja, mit denen eine ganze Menge sich deutlich einfacher machen lässt. Ich habe da in verschiedenen Videos schon mal ein bisschen was zu gezeigt. Also beim Mail-Server installieren, da gibt es so auch eine Funktion, mit der ich den ganzen Mail-Server-Stack hochziehen kann, mit Postfix, mit DAF-Code und den ganzen Einstellungen, die hier gemacht werden. Also so alles in einem Guss. So was ist da alles drin. Und es gibt jetzt auch relativ neu eine Funktion zum Installieren vom Rust-Desk-Server. Damit ihr diese Funktionsbibliothek überhaupt benutzen könnt, müsst ihr die erstmal runterladen. Die gibt es immer in der aktuellen Version unter dem Pfad hier mit WGET runterladen. Und mit dem Punkt und dem Namen der Datei wird das Ganze in eure Bash-Umgebung reingeladen, sodass die Funktionen, die sich in dieser Datei befinden, sofort verfügbar werden. Und ja, dann kann man die jeweiligen Funktionen wie das hier aufrufen. Großes Achtung dabei bei dem, was ich da so mache. Also die Verwendung geschieht auf euer eigenes Risiko und kann zum kompletten Datenverlust und oder nicht mehr nutzbaren und bootfähigen Servern führen. Also ja, ihr könnt es gerne benutzen, aber wenn irgendwas schief geht, seid ihr selbst schuld. Also das Ganze ist mehr oder weniger für Lernzwecke, also nicht für Produktivsysteme geeignet. Unabhängig davon, wie ihr die Installation angestoßen habt, stellt Rustdesk Install, das ist das eigentliche Installationsskript, so ein paar Fragen an euch. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel, das sind eigentlich bloß zwei Fragen. Die erste ist, wie soll euer Server verfügbar sein über eine IP-Adresse oder über einen DNS-Namenseintrag beziehungsweise eine Fully Qualified Domain. Ja, also das könnt ihr hier einstellen. Bei meinen Tests und auch Produktivsystemen habe ich das über eine IP-Adresse gemacht. Da habe ich kein großes Problem mit, denn ich habe einen sehr kleinen Benutzerkreis, der überhaupt bloß meinen Server verwenden soll. Und die bekommen auch ein spezielles Skript, was das so einrichtet. Also die merken das gar nicht, ob das eine IP-Adresse auf der Gegenseite ist oder ob das irgendein toller DNS-Eintrag ist, also ein schöner Domain-Name. Müsst ihr ja entscheiden, wie ihr das Ganze haben möchtet. Die zweite Frage ist, ob ihr einen HTTP-Server installieren möchtet. Der ist dafür da, dass darüber speziell vor euren Rustdesk-Server vorbereitetes Skripte abgelegt und zur Verfügung gestellt werden. Und das sind Installations-Skripte, wo die Parameter für euren Rustdesk-Server drinstehen. Also Kunden oder irgendwie allen anderen Leuten, denen ihr helfen möchtet, die können dieses Skript dann haben. Und damit installieren sie einen Rustdesk-Client, der direkt so konfiguriert wird, dass er mit eurem Rustdesk-Server kommuniziert. Ja, und dafür ist das Ganze da. Also an der Stelle habe ich Yes genommen. Also ich wollte das gerne haben, auch wenn ich das im nächsten Schritt wieder zu blocken empfehle. Aber was wir jetzt hinterher noch kriegen, wir kriegen noch so einen Informationsblock. Der ist ganz interessant. Einmal steht dann da, worüber unser Server aktuell verfügbar ist. Da steht entweder die IP-Adresse oder ein DNS-Name. Dann haben wir hier ein Public-Key. Also der heißt natürlich nicht so, da steht irgendwie was anderes, was sehr zufällig aussieht. Und damit das besser hier hinpasst und damit ihr nicht den von meinem Testsystem habt, habe ich das mal so ein bisschen abgekürzt. Also das ist ja auch keine gültige IP-Adresse. Aber ich glaube, das brauche ich euch auch nicht zu erklären. Dann haben wir auch noch hier die Information zu dem Web-Server. Der lauscht nämlich an einem unverschlüsselten HTTP-Port. Von daher sowieso lieber nicht nach draußen bringen. Und der ist auf Port 8000. Was ganz wichtig ist, was hier steht, ist euer Admin-Passwort. Also das heißt nicht so, da steht bei euch was anderes. Und das müsst ihr euch wirklich merken oder in einer Schlüsselverwaltung wie KeyPass, XC oder Bitwarden abspeichern, damit ihr das wirklich dann parat habt, wenn ihr es braucht. Also wirklich merken, aufschreiben oder sonst irgendwas damit nicht vergessen. Den Port 8000 würde ich halt nicht nach draußen lassen. Denn einerseits ist diese Oberfläche mit einem Benutzernamen und Passwort geschützt. Also man kommt sowieso nicht üblicherweise da drauf. Und wenn ihr euch einloggt, können alle dieses Passwort mitlesen, die irgendwie auf der Leitung lauschen, weil das Ganze unverschlüsselt ist. Also von daher würde ich sagen, ist es besser, den Port 8000 zu blocken. Beziehungsweise wenn ihr die UFW dort laufen lasst, diese Firewall, dass der Port 8000 nicht geöffnet wird. Damit ihr allerdings darauf zugreifen könnt, könnt ihr einen SSH-Tunnel machen. Also ihr meldet euch von dem Desktop-System, wo ihr gerade davor sitzt, über SSH auf dem Server an mit dem Benutzernamen, den ihr auch dort normalerweise verwendet. Das, ja genau, also da heißt irgendwie und ihr wisst schon wie er heißt, also nicht XYZ, sondern irgendwie anders. Und dann machen wir hier noch einen Tunnel auf. Wir tunneln den Port 8000 auf den 8000er Port auf unserem System, wo wir davor sitzen. Also diesen HTTP-Port, den ziehen wir uns rüber. Und aus Sicht eures Servers ist dieser Port der Localhost. Also nicht aus eurer Sicht, aber aus Sicht von dem Server hier. Und dann habt ihr auf einmal einen Port 8000, der rübergebeamt wird von dem anderen Server. In eurem lokalen Desktop-System öffnet ihr einen Browser und öffnet diese URL, HTTP, Localhost. Das ist jetzt aus eurer Sicht Localhost und der Port 8000, das ist der rübergetunnelte. Und den könnt ihr öffnen. Und dann werdet ihr erstmal nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Benutzernamen ist admin und das Passwort ist, wie es zuvor generiert wurde und was ihr euch gemerkt, aufgeschrieben und sonst was habt. Dann sieht das so aus wie unten. Da sind zwei Dateien freigegeben. Wir haben einmal linuxclientinstall.sh. Das ist die spezielle Skript, was direkt vor euren Server gilt, wo die Installationsroutine für den Rustdesk-Client drin ist, inklusive Konfiguration, sodass sich der Client hinterher mit eurem Rustdesk-Server direkt verbindet und sowas ähnliches gibt es auch nochmal für Windows irgendwie. Wenn ihr diese Skripte jetzt nicht über den Tunnel holen wollt, dann könnt ihr es auch anders machen. Die sind nämlich direkt unter optgo-http-public abgespeichert. Da könnt ihr die mit SCP oder Async einfach runterkopieren und dann an eure Kunden oder denjenigen, denen ihr helfen wollt, einfach so verteilen. Den Rustdesk-Client installiert ihr bzw. eure Kunden oder denen ihr helfen wollt, über diese Skripte. Da ist alles schon direkt drin. Die laden das passende Paket runter für die jeweilige Distribution oder eine ZIP-Datei und installieren das Ganze und konfigurieren das hinterher, sodass sich das mit eurem Rustdesk-Server verbindet. Wenn ihr das anders machen wollt, gibt es auch noch die Möglichkeit, das manuell zu machen, indem ihr einmal vom Rustdesk-Server diese Datei hier auslest. Da ist der öffentliche Teil von dem Kryptographie-Schlüssel drin, von dem Schlüsselpaar drin, den ihr braucht. Das ist mit der asymmetrischen Kryptographie so, dass immer ein Schlüsselpaar da ist, ein privater Schlüsselanteil ist da. Der ist privat, der bleibt dort, wo er gesichert ist, in diesem Fall auf dem Rustdesk-Server. Und ein öffentlicher Schlüsselanteil, den ihr weitergebt für alle, die sich dagegen verbinden sollen. Und das ist eben in dieser Datei drin. Den Rustdesk-Client könnt ihr auch runterladen, habe ich hier wiederum verlinkt, also in der Folie ist ein Link drin. Und wenn ihr die Folie euch angucken wollt, dann ist die unten auch in der Videobeschreibung verlinkt und dann könnt ihr alles nochmal durchblättern. Also ihr könnt den Rustdesk-Client auch manuell runterladen und installieren und dann in der grafischen Oberfläche auch konfigurieren. Da geht ihr auf dieses Drei-Punkt-Menü drauf, dann Einstellungen, dann Netzwerk und bei ID-Server und Relay-Server gebt ihr die IP-Adresse bzw. den Fully Qualified Domain Name eures Rustdesk-Servers an. Und bei Key kopiert ihr den Inhalt von der Datei rein. Also dann habt ihr Spun konfiguriert, ist jetzt auch nicht schwierig, aber mit dem Skript hier geht das Ganze einfacher. Gerade vielleicht für Leute, die sich nicht so gut auskennen, denen würde ich immer eher das Skript geben, dann habt ihr weniger Probleme mit Nachfragen und so weiter. Wenn ihr den Rustdesk-Server über das Skript installiert habt, dann möchtet ihr das Ganze vielleicht irgendwann auch nochmal wieder aktualisieren. Denn eine automatisierte Aktualisierung über das Paketsystem ist aktuell nicht vorgesehen. Denn man lädt sich üblicherweise aus dem Release-Abteil bei GitHub die jeweilige neueste Version runter und installiert die. Darum gibt es auch wiederum ein Update-Skript, was ihr dort runterladen könnt, was diese Schritte für euch automatisiert. Also das guckt denn bei GitHub nach, gibt es eine neue Version davon, dann lädt es das jeweilige Paket runter in dem passenden Format für eure Distribution, entpackt das hinterher an die richtige Stelle und startet den Rustdesk-Server einmal neu bzw. er wird vorher einmal gestoppt. Und die Dienste, die dort laufen, dann wird entpackt und anschließend neu gestartet. Das ist die Update-Routine dabei. Also es gibt kein Debian-Repo, jedenfalls kein offizielles von denen. Von daher braucht man dieses kleine Skript, was sich darum kümmert. Ich mache das jetzt so, dass ich dieses Skript runterladen lasse in das Verzeichnis. Das ist Opt-Rust-Desk. Dort wird die Software installiert. Also der Rust-Desk-Server, der wird dort installiert über das andere Skript. Und da lege ich jetzt auch dieses Update-Skript rüber. Denn ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man vor dem Aktualisieren immer mal reinguckt. Also, dass dann nicht auf einmal, wenn man jetzt hier was Neues runterlädt, dass da irgendwelche Sachen drinstehen, die vielleicht nicht so ganz richtig sind. Also von daher natürlich erst einmal reingucken, bevor man so ein Skript ausführt. Gilt natürlich auch für dieses andere Install-Skript immer lieber reingucken und dann ausführen, als einfach blind zu gehorchen. Ja, genau. Und von daher habe ich hier diese Logik drin, die erstmal guckt, wenn dieses Skript eh schon da ist, dann lade es nicht neu runter. Und dann führe das, was entweder frisch runtergeladen wurde oder was schon vorhanden ist, das wird dann ausgeführt. Sollte die lokal gespeicherte Version von dem Skript irgendwann zu alt sein, also nicht mehr mit dem GitHub-Repo oder sonst irgendwas hinkommen, dann könnt ihr diese Datei hier per Hand löschen und euch eine neue Version davon holen. Und dann solltet ihr das Ganze natürlich wieder erneut prüfen, damit da nicht irgendwelcher Unsinn drin ist, der eventuell gefährlich sein könnte. Das habe ich jetzt auch wiederum in eine Funktion bei meinem Common Install gepackt, um das zu aktualisieren. Das funktioniert quasi wieder genauso wie das, was wir gerade eben gesehen haben, bloß, dass es in so einer Funktion hier drin ist. Und wenn es eine neue Version von dem Rust-Desk-Update geben sollte, dann wird die nicht automatisch runtergeladen. Ihr müsst die also per Hand erstmal löschen, weil das nicht automatisch geschieht. Und wiederum, Achtung, das Ganze nur für Lernzwecke kann alles kaputt machen. Also ihr verwendet das wirklich auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr. Also im Zweifelsfall, lasst es lieber bleiben. Das war es denn auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen geholfen. Vielleicht habt ihr jetzt gesehen, dass es auch einfach zu nutzende oder vielmehr zu installierende Alternativen zu den Platzhirschen gibt, wo ihr ein bisschen mehr Einfluss darauf habt, was wo läuft und wirklich ihr das Ganze auf eigener Hardware betreiben könnt. Also dass ihr wirklich unabhängig von irgendwelchen Anbietern seid, sodass ihr auch wirklich wieder Herr im Haus seid quasi. Und unabhängig von irgendwelchen Einschränkungen seid, macht das Ganze natürlich gerne nach oder lasst es bleiben. Wenn ihr es nicht braucht, behaltet das vielleicht im Hinterkopf, dass ihr es vielleicht irgendwann mal brauchen könntet. Und dann erinnert ihr euch an dieses Video und guckt dann nochmal nach. Aha, da war doch was. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren, ob das vielleicht was ist. Ansonsten natürlich wiederum gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.